Hallo zusammen, gestern hatte ich den Titel Baker Street mit dem PSR S970 interpretiert und auch auf meiner Webseite die Registrierungen zum Download eingestellt. Jetzt schreibt mir Gregor in die Kommentare von YouTube, wenn man ein Genos hat, dann würde man sich auch sehr über diese Registrierungen freuen. Gregor, dein Wunsch ist mir Befehl, ihr findet die Registrierungen für diesen Titel zum kostenlosen Download auf meiner Webseite und ähnlich wie beim PSR war die Registrierung gar nicht so schwer, allerdings musste ich einen anderen Style aussuchen und zwar aus der Gruppe Easy Listening, Easy Pop, Tempo 112 und auch hier habe ich Spuren ausgedünnt für den Melodieteil ebenfalls, gleicher Style. Bei dem Gitarrensolo habe ich allerdings in die linke Hand noch eine verzerrte Gitarre gelegt. Nun meine Interpretation mit dem Genos. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020